Guten Tag, ich bin wieder die Kurze und ich habe wieder den Reut dabei. Hallo Reut. Hallo. Heute habe ich mir ausgesucht, wir gehen mal ins Event, also in einer unserer Events, und ich habe mir ausgesucht den Kürbis. Hast du Lust? Ja klar, komm mal. Ja, dann lass uns mal reinrennen und gucken, ob wir das schaffen. Ich bin nämlich eigentlich gar nicht so toll in solchen Events und ich habe es aber eigentlich, was steht hier? Hallo Event ist dauerhaft offen und Fly verboten. Hast du Fly aus? Klar, ich habe immer Fly aus. Okay, ich habe sogar GM aus, also schauen wir mal. Was steckt da? Hallo, willkommen im Kürbis. Viel Spaß. Okay. Den werden wir haben. Ja, denke ich auch. Dann mal los. Und. Oh. Ich bin im Wasser gelandet. Ich auch. Okay. Was steht hier? Suche den Gegenstand, um die Tür zu öffnen. Okay? Das heißt, wir müssen erstmal hier so rum sprechen. Okay. Na, sind ja schon ein paar Drohnen. Nein, 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 nein. Nicht sterben, Reut. Haha. Ich habe es gefunden, in der Kiste ist es. Was ist da? Fleisch. Oh, da ist der Ton. Soll ich auf dich warten? Nein. Kein Problem. Slashback. Na, das ist aber eigentlich unfair. Wir sollten das nicht so verwenden. Die Frage ist, wie komme ich hier wieder weg? Okay. Jetzt bleib hier. Oh, oh. Okay. Ich habe gesagt, ich bin nicht gut in sowas. Ich habe jetzt das Fleisch dabei. Hier sind auch noch Tränke drin. Ja, ich muss erstmal wieder reinlaufen. Ich bin nicht so klug wie du. Außerdem wäre es auch nicht klug, weil ich stand ja in der Lava, als ich gestorben bin. Nein, ich auch. Nein. Nein, ey. Das geht ja echt gut los, Reut. Haha. Und wieder ins Wasser. Ich glaube, so oft wie wir sind, ist hier noch keiner gestorben. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich hätte das glaube ich vorher mal ablaufen sollen, ob ich das hinkriege. Bist du wieder da? Ja, ich habe mich jetzt mal zu deinem Home geportet. Ich falle jetzt gerade wieder ins Wasser. Hui. Ich sehe es. Da hinten ist noch eine Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Rechts, äh, links von dir. Die habe ich schon gemacht. Da waren zwei Tränke drin. Und die hast du nicht genutzt? Dann bin ich gestorben. Oh mein Gott. Keine Ahnung, aber irgendwas war es. Ich glaube, das war ein Feuertrank und ein, äh, hier Trank. Das kann sogar sein. Ach man, ich bin so blöd zum Sprengen. Was ist denn hier drin? Gar nichts. Ich habe Sandblöcke gefunden. Ja, dann müssen wir die in das Loch schmeißen. Aber warte bitte, bis ich komme her, weil ich habe das Gefühl, ich sterbe jetzt gleich. Nein. Haha, wie hast du denn das jetzt schon wieder gemacht? Ich habe sie noch ausgeworfen. Ah, ich bin schon wieder gestorben, ey. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Äh, Mann. Ich glaube, das schafft. Jetzt muss ich die Blöcke holen, weil sonst haben wir keine Blöcke, weil du ja mit allen Blöcken gestorben bist, außer du hast ein paar drinnen gelassen, weil du musst ja nicht alle raus. Ich habe die rausgeworfen. Ich habe die da noch rausgeworfen, bevor ich gestorben bin. Ah, Gott sei Dank. So, alle guten Dinge sind drei, bei dir glaube ich schon das fünfte Mal. Kommt hin. Na, ob wir diesen Kürbis, äh, hinkriegen? Ich bezweifle das gerade. Nein. Oh Mann. Auf jeden Fall liegen noch Sandblöcke noch da vorne. Das ist gut, warte einfach um. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ach, du bist auch tot? So, wie? Ist ja wohl nicht wahr, oder? Wie? 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 okay gehen wir mal hier weiter hast du den chat ausgeschaltet das passt schon so ich wollte schon was zu essen mitnehmen den sprung heute jetzt langsam aber wie ihr seht gibt es auch ein paar spiele auf unserem server also das ist keine adventure map oder so das ganze normal wo jeder spielen kann so wie er ist so jetzt lenke mich mal nicht ab und ich darf keine lechse bei dem schon komme ich da rüber deswegen will ich eigentlich drüber kommen da war die dicke geschafft 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 ja ich bin aber noch nicht bei dir ich warte ja mal auf dich die tür bleibt doch für immer jetzt offen oder fünf minuten bis der block verschwunden ok schaffst du es in fünf minuten wir werden es erleben oder hoffentlich heute noch ich habe zwischendurch lechse also ich denke es liegt an der lava keine ahnung ich nicht kann auch sein weil ich meine sichtweite auf gering habe aber ich habe es geschafft fahre mit der bahn zur nächsten aufgabe ok er ist da das knöpfchen drücken das funktioniert nur wenn die logo auch wirklich da oben steht zeig dir das mal zeig dir das mal siehst du ja so geht das ja 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 genau so sehr geil komm fahr 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 ok hui jetzt geht es wieder ab ich bin ja auch keine lobe ich bin ja auch keine lobe und lauf doch hoch das ist halt normalerweise für eine person diese dungeon also dieses event warte ich spring mal runter nein 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 ey das ist das nicht gekommen naja gut was müssen wir hier machen benutze den slimeball werfen sie in das lobe und treibt den slimeball zur druckplatte um die tür zu öffnen ich verstehe pass auf hier äh sind welche drin ich nehme mal vier stück raue und dann müssen wir die da reinwerfen und mit dem wasser müssen wir die äh hier rein nutzen ja also wo reinwerfen ich hab dich aufgepasst hier in das loch werfen wir das ja und hier muss es dann irgendwo da lang schwimmen damit ist dann die druckplatte also ich werfe mal eins rein ja so und jetzt müssen wir die hebel benutzen erstmal den hier ne der würde als zweites denke ich mal gehen welchen hast du jetzt benutzt den hier ne ich denke das ist der dritte benutzen wir mal den hier guck mal jetzt schwimmt das praktisch da lang jetzt müssen wir warten bis es da hinten ist so und dann drücken wir hier bei nummer zwei ok dann machen wir nummer eins aus so und jetzt müsste nummer drei dran kommen nein der ist schon zurück dann müssen wir warte mal aus da warte mal so der ist jetzt da jetzt machen wir zwei aus machen drei an und was passiert noch nichts ha aha gut äh wir müssen jetzt hier noch so eine angel nehmen okay äh angel die tür die tür äh 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 äh